Die haben 600 Millionen eingeworben an bezahlten Tickets, ohne dass es das Produkt überhaupt gibt. Tesla macht das genauso. Die sagen, in drei Jahren kommt dein Auto, aber bezahl schon mal 50.000 an. Das ist ja ein Irrglaube, dass man für eine neue Firma oder für ein neues Produkt unbedingt Fremdkapital braucht oder irgendwie einen Investor braucht oder Kredite braucht. Du kannst es ja so machen, wie viele andere Firmen das auch machen. Zum Beispiel Tesla, zum Beispiel Virgin Galactic. Die haben ein Produkt, was es noch gar nicht gibt und verkaufen es bereits. Das heißt an den Endkunden. Die sagen dem Endkunden, zum Beispiel Virgin Galactic, verkauf Raumfahrttourismus. Und zwar schon seit einigen Jahren, wird aber erst ab 2023 oder so möglich sein. Und trotzdem zahlen die Leute jetzt schon die Anzahlung auf die 200.000 Euro, die das kosten wird. Das heißt, die haben nachher 600 Millionen eingeworben an bezahlten Tickets, ohne dass es das Produkt überhaupt gibt. Tesla macht das genauso. Die sagen, in drei Jahren kommt dein Auto, aber bezahl schon mal 50.000 an. Und so kannst du dich auch finanzieren. Durch den Kunden. Du brauchst keinen externen. Und so kannst du dich auch finanzieren.